Microsoft Power Plattform versus Skype. Das ist für uns natürlich eine interessante Frage, weil da natürlich auch die gravierendsten Unterschiede sind. Auf der einen Seite haben wir Microsoft, weltbekannte Firma und auf der anderen Seite haben wir dieses kleine Schweizer IT-Unternehmen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit unserer Lizenzierung überzeugen können. Bei Microsoft ist es so, es ist eigentlich nicht wirklich klar, wie die Lizenzierung stattfindet. Es kann sein, dass man eine Lösung hat, diese aber am nächsten Tag auf einmal Geld kostet, weil man quasi ein neues Preismodell hat. Bei Skybook ist alles straightforward. Das bedeutet, ich habe eine Lizenzierung und mit dieser Lizenzierung kann ich alle Features nutzen und auch unbegrenzt Lösungen bauen. Transparent und fair.